Hi, mein Name ist Carlotta Nuss. Ich bin Tierärztin im Susi-Otzinger-Stiftung für Tierschutz-Tierweisen-Hospital in Peru. Wir behandeln hier ausschließlich Wildtiere. Das sind zum Beispiel Affen unterschiedlicher Spezies, Papageien, Sittiche, Schildkröten. Im Moment haben wir auch ein kleines Faultierbaby, ein 2-10 Faultier. Und gerade diese Jungtiere benötigen eine intensive Pflege, eine dauerhafte Überwachung, eine besondere Versorgung. Und deswegen war es sehr lange unser Traum, eine eigene Unterkunft bauen zu können für die jeweils angestellte Tierärztin, den angestellten Tierarzt, mit angegliederten Gehegen für Intensivpatienten, mit einer angegliederten Futterküche. Und wir konnten das Projekt jetzt endlich finanzieren, durch die Hilfe der Susi-Otzinger-Stiftung und durch alle Spenderinnen und Spender, die da etwas beigetragen haben. Deswegen wollten wir einmal ein großes Dankeschön aussprechen, dass wir endlich diesen Traum verwirklichen können.